Hast du dir schon einmal überlegt, ob du statt einem Firmenwagen vielleicht ein Firmenfahrrad anschaffen könntest? Das ist steuerlich ziemlich attraktiv und wie viel Steuern du auf so ein Firmenfahrrad zahlen musst, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melchior von der Kontist Steuerberatung und Firmenräder, also ein Dienstfahrrad, ist steuerlich sehr, sehr attraktiv. Es gibt auch sonst natürlich viele Gründe, warum Fahrradfahren gut ist. Das Fahren an sich ist erst einmal kostenlos, du bist unabhängig von Energiepreisen und es ist gut für die Umwelt. Wenn das Ganze auch noch steuerlich günstig ist, dann kann das doch für viele Leute durchaus eine attraktive Alternative sein. Wie viel Steuern du eigentlich bei einem Dienstfahrrad zahlen musst, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Als Erstes solltest du festlegen, ob du dein Fahrrad als Firmenvermögen kaufst, also ins Betriebsvermögen aufnimmst, oder lieber privat kaufst. Vielleicht kennst du die Anteile rund um private Nutzung und betriebliche Nutzung schon von Firmenwagen. Ich habe dazu auch schon mal ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Da geht es um Autos. Allerdings ist die grundsätzliche Regelung identisch bei Fahrrädern. Das heißt, wenn du dein Fahrrad mehr als 50% betrieblich nutzt, dann musst du es dem Betriebsvermögen zuordnen. Wenn du dein Fahrrad allerdings weniger als 10% betrieblich nutzt, dann musst du es dem Privatvermögen zuordnen. Für eine betriebliche Nutzung von 10% bis 50% kannst du es dir aussuchen, ob du das Fahrrad lieber ins Betriebsvermögen aufnimmst, oder lieber ins Privatvermögen. Als nächstes stellt sich ja die Frage, welche Kosten kann ich denn jetzt steuermindernd geltend machen? Wenn du das Fahrrad dem Betriebsvermögen zugeordnet hast, kannst du eigentlich alle Kosten, die rund um dieses Fahrrad entstehen, als Betriebsausgabe in deiner Buchhaltung erfassen. Die Anschaffungskosten musst du dann in der Regel über 7 Jahre abschreiben, aber auch die Reparaturkosten, die Pflegekosten, oder wenn du Elektrorad hast, auch die Aufladekosten. Das sind alles Kosten, die du als Betriebsausgabe erfassen kannst. Wenn dein Fahrrad ein Privatfahrrad ist, dann kannst du die ganzen Kosten natürlich nicht in deiner Buchhaltung berücksichtigen, sondern musst sie privat tragen. Du kannst aber auch betriebliche Fahrten mit deinem Privatfahrrad steuerlich geltend machen, und zwar mit einer Kilometerpauschale. Also genauso wie bei Autos eigentlich, nur dass bei Fahrrädern die Kilometerpauschale bei 5 Cent pro Kilometer liegt. Wenn du die Regeln rund um Firmen-Kfz kennst, dann ist das für dich nichts Neues. Denn auch bei Autos ist es so, dass wenn du einen Firmenwagen hast, dann kannst du alle Kosten für die Pflege und das Tanken und die Anschaffung usw. als Betriebsausgabe buchen. Du musst allerdings die Privatfahrten von deinem Firmenwagen versteuern, und zwar ermittelst du da die Steuer anhand des Fahrtenbuches oder der 1%-Methoden. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie genau werden dir Privatfahrten bei Fahrrädern berechnet? Wenn alle Kosten in der Buchhaltung sind, wie rechne ich denn die private Nutzung raus, die ich dann versteuern muss? Und hier kommt die gute Nachricht, gar nicht. Du musst private Fahrten mit deinem Firmenfahrrad einfach nicht versteuern. Das Ganze gilt übrigens sowohl für klassische Fahrräder als auch für E-Bikes. Bei Elektrorädern gibt es allerdings eine Ausnahme, und zwar die sogenannten S-Pedelecs, die über 25 km h fahren. Da ist die private Nutzung des betrieblichen S-Pedelecs nicht steuerfrei. Da musst du aber auch nicht die 1%-Methode wählen, sondern die 0,25%-Methode, die du auch von Elektroautos kennst. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich nochmal 3 Fragen beantworten, die ich in diesem Zusammenhang relativ häufig höre. Die erste Frage ist, gilt das auch für gemietete oder geleaste Fahrräder, oder nur für die Fahrräder, die auch gekauft werden? Die gute Nachricht, du kannst auch gemietete oder geleaste Fahrräder in deinem Betriebsvermögen aufnehmen, und die ganzen Kosten, also die Leasingraten und die Mietraten, als Betriebsausgabe buchen, und kannst trotzdem das Fahrrad auch privat nutzen, ohne den privaten Nutzungsanteil zu versteuern. Die zweite Frage, die ich relativ häufig höre, ist, hm, ich habe schon einen Firmenwagen. Kann ich neben dem Firmenwagen auch noch ein Firmenfahrrad haben? Ja, auch das geht. Du kannst neben deinem Firmenwagen ohne Probleme auch noch ein Firmenfahrrad haben, und musst dann auch da die private Nutzung des Fahrers nicht extra versteuern. Die dritte Frage ist, kannst du auch mehrere Fahrräder haben? Ja, auch dagegen spricht grundsätzlich nichts. Du musst natürlich irgendwie begründen können, warum du mehrere Fahrräder brauchst. Entweder, weil du sehr, sehr häufig brauchst und eine Backup-Lösung brauchst, falls das erste Mal kaputt ist, weil du einen Mitarbeiter hast, der auch das Fahrrad benutzt usw. Wenn du das begründen kannst, dann kannst du auch mehrere Fahrräder in deinem Firmenvermögen haben. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dich ein wenig zum Fahrradfahren motivieren. Nein, ehrlicherweise war das nicht mein Auftrag, aber vielleicht überlegst du dir jetzt, wenn du ein Fahrrad kaufst, ob das Ganze nicht vielleicht im Firmenvermögen ein bisschen besser aufgehoben ist. Wenn du jetzt sagst, Fahrrad habe ich, Steuerberater fehlt mir, zum Glück bist du auf diesem Kanal gelandet. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Wir nehmen dir gerne alle Buchhaltungs- und Steuerthemen ab und erledigen das Ganze für dich. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau dich aber auch gerne ein bisschen weiter auf unserem Kanal um und schau die anderen Videos, die wir hochgeladen haben, z.B. dieses hier oder dieses hier. Denn wir nehmen dir und... Mann ey. Toll.